Uttitahasta Padangusthasana in Anantasana ist eine Variation der Seitstellung Anantasana. Von der seitlichen Lage aus hebe ein Bein hoch und fasse mit der Hand um den großen Zeh herum und dabei unterstütze deinen Kopf mit deiner Hand, Ellbogen auf dem Boden. Das ist Uttitahasta Padangusthasana in Anantasana. Uttitah heißt aufgerichtet und Hastapadangusthasana heißt Hand an den Großzeh. Diese Stellung entwickelt zum einen die Fähigkeit der inneren Ruhe, des inneren Gleichgewichtes und auch die vorwärts beugende Flexibilität, verbunden mit einer sanften Grätschflexibilität. Sollte Padangusthasana in Anái